Naja, gut, äh, dann kann man sich vielleicht auch mal hier ran machen, weil hier sollte ja jetzt schon seit geraumer Zeit ein Fahrstuhl rein. Und darum könnte man sich ja mal kümmern. Gut, da unten sollte auch einer hin, aber... Naja, gut, ähm... So, das kann hier rein, das, die Hopper, das kommt da rein. Joa, die Gießkanne kann an sich da auch rein. So, ähm, Fahrstuhl. Ach ja, Endermannpflanzen habe ich jetzt noch keine gemacht. Naja, an sich kann man da ja unten noch zig andere Sachen anpflanzen. So, äh, Elevator. Joa, so kompliziert sieht das jetzt nicht aus. Braucht man wahrscheinlich hiervon ein paar. Machen wir mal vier. Eins, zwei... Ich glaube, erst mal zwei haltestellen. Die Dinger möchte ich irgendwie auch haben. Ich habe gesehen, damit kann man ganz coole Sachen machen. Wie genau es funktioniert, muss man noch mal gucken, aber... Oh, ich habe keine Schwarz mehr. Kein Schwarz, das war schade. Okay, da muss man noch mal ein paar Tintenfische töten. So, okay, ähm... Da... Uh, ähm... Du kommst mal weg. Hier kommt... Ach, die Elevator brauchen ja auch Strom. Name, Set, Name of this Floor. Ähm... Ja, keine Ahnung. Wie nennen wir denn diese Etage? Hm... Eingang? Nennen wir das hier Eingang. Also, Eingang. Es ist Eingang. Na, hier. Eingang. So. Dann kann man das hier wieder hinsetzen. Und, äh... Wenn das hier mit Redstone-Signal da irgendwie versorgt wird, dann... Sneak Right Click on the... Ah, okay, und wenn man hier mit... Jetzt kann ich das hier wieder wegmachen. Sneak Right Click. Und der ist jetzt, äh, daran gesetzt. Okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich aber noch diese Screens, weil das ja ein Screen-Modul. Gucken wir mal... Screen. Creative Screen, Screen. So. Ein Screen. Und ein Screen-Controller kann wahrscheinlich auch nicht schaden. Oh, das sieht aber merkwürdig aus, wenn man mit dem Ding in der Hand rumläuft. So, dieses Dingens möchte ich wahrscheinlich hier drin haben. Oh. Hätte ich überhaupt nicht abreißen müssen. Vielleicht... Ah, okay. Das kann wieder weg. Okay, also der kommt da hin. Dann kommt... Ah, nee. Ähm. Oder ich mach's hier hin. Ich setze es erstmal in die Wand. Und... Mach hier so einen Button rein. Okay, mal gucken, was er damit macht. Wenn ich jetzt diesen Screen-Controller... Wie verbinde ich eigentlich einen Screen mit einem Screen-Controller? Ähm... Screen-Controller kommt mal hier hin. Screen-Controller... Einkonnecten... Ah, okay. Er hat ihn also sofort gefunden. Und... Du wirst... Ah... Und jetzt haben wir hier noch... Use Buttons Ressembling Lights. Larger Buttons. Order the Buttons. Eingang Ah, okay, cool Wenn wir jetzt dahin drücken Passiert nichts Button Color Aha Current Level Button Aha Ah, deswegen Das ist also die normale und wenn er hier gerade Wo er gerade ist Ja, wo er gerade ist Soll, keine Ahnung, machen wir Das ist ein dunkles Da war doch gerade so ein helles Oder wir nehmen das gelb Gelb, okay Ähm Aha Level Zero Name Keine Ahnung Level Zero Zeigt er das an Ähm Okay Use Buttons Ressembling Lights Ich habe irgendwie noch nicht so ganz raus Ähm Wie man das am Ende dann wirklich benutzt Aber okay Dann gucken wir mal hier Ähm Wohnraum Macht er nicht Okay Ah Und jetzt Ah, da sind wir Okay Ich habe nur noch Ja, wie gesagt Wie benutzt Toggle Full Brightness Öh Sieht man ja überhaupt nichts mehr Gelb war vielleicht keine so gute Idee Ah, so So sieht man es Okay Ähm Ja, wie gesagt Gerade keine Ahnung Wie man die Einzelnen Module Verwendet Also wie man das dann so macht Dass sich nicht andauernd die Guille öffnet Sondern dass er auch wirklich fährt Button Modul Elevator Button Modul Davon brauche ich ja jetzt noch eins Ähm Ja Gehen wir mal gerade ein paar Tintenfische töten Hier unten dürften ja wohl welche sein Ja, da sehe ich doch schon wen Ein Freiwilliger Sozusagen Und dann probieren wir das nochmal aus Indem wir dann halt oben in der Etage Auch nochmal Was machen Und dann können wir den Wohnraum auch mal ausbauen So Und hier auch nochmal Weil es so schön war Jut Und dann wie gesagt Kann man hier oben halt noch Sich so einen schönen Wohnraum machen Und Ja Nach unten hin nochmal einen Muss man mal gucken Wenn der eine hier jetzt funktioniert Dann kann man auch den anderen dann noch machen Und allgemein gibt es dann halt noch die schnellere Methoden Um dann halt irgendwie schnell hinzukommen Aber das ist halt die stilvolle Methode Ich werde aber die schnelle Methode auch noch machen Vor allem für die ganzen Maschinen da unten Ähm So Jetzt brauchen wir erstmal wieder einen weiteren Button So Äh Du kannst weg Du an sich auch Ich brauche Ein Dampfmodul Nein Hier Das Ding So Da muss man nach oben Und sich da irgendwie langhangeln Also Wo waren das Hier war doch irgendwo eine Leiter Genau Die kann dann natürlich auch weg Aber erstmal soll das Ganze natürlich laufen Okay Ähm Hier war ein Loch Genau Und dann kann Also auf dieser Etage Soll er halten Äh Zack Zack Wohnraum Und Zack Ich glaube den Sturz würde ich so erstmal nicht überleben Also Uah Den erst recht nicht Okay Gucken wir mal wie das Ganze gleich läuft Vielleicht öffnet sich die Uhr ja auch überhaupt nicht Wenn man auf einen Button drückt Der drückbar ist Also Wo er dann sagt Okay Da kann ich hinfahren Ah Jetzt wird hier aber auch Wohnraum angezeigt Weil er Den entsprechenden Dingens findet Ähm So Nein Macht er noch nicht Okay Äh Open Open Ja Da war doch was Kann es nicht einfach kopieren Hier ist das das Graue So Und hier war das das Gelb So Ähm Inventory Text Nein Remote Tank Storage Control So was gibt es also auch Äh Redstone Elevator Button Ja Also an sich Ne Hm 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 Oh Vielleicht weil die Elevator Keinen Strom haben Das könnte tatsächlich sein Ähm Transmitter Habe ich keine mehr Gucken wir mal Kann man noch welche craften Jawohl Schauen wir mal nach Ob es vielleicht Daran liegt Ähm Hm Wo bringe ich den denn jetzt am geschicktesten an Müsste ich irgendwo in der Wand verstecken Oder einfach hier dran klatschen Oder einfach hier dran klatschen So Äh Nö Ich glaube es reicht auch wenn man einen davon mit Strom versorgt Aber irgendwie Will er gerade gar nicht Und sich hier überall die Teleporter hin machen Ist an sich Möglich Aber Ein bisschen Overkill Finde ich Ähm Achja es gibt ja das ähm Von RF Tools So ein Manual Gucken wir mal RF Tools Genau Buch und ein bisschen Redstone Das kriegen wir doch hin So Mal gucken Also hier Buch Redstone Mach mal Danke Ich hätte gerne Wo haben wir das denn hier Screens Schild Elevator Ja Ah Only the bottom elevator block needs power Ja Okay Äh Funktioniert mit Wireless Redstone Which allows you to directly control to what level the platform should move Ja Das ist nett Aber wie Ups Wie verwende ich das Vielleicht mit einem smart wrench Ähm Nope Nope Sequencer Auch nicht Ähm Item Shield Teleport Block Protector Booster Modular Screens Hier haben wir es doch Äh Schauen wir mal kurz Man kann die Farbe mit einer Dings einstellen Das ist doch schön Das ist der Radius In dem der Dingens sucht Ja gut Text Clock Energy Dimension Fluid Inventory Okay Okay Counter Button Aha Ähm Storage Ähm Ähm Was haben wir denn gerade gehabt Der Radius Angelegenheit Angelegenheit Das ist der Radius Interactive Man kann man Klick On den Monitor Und Angelegenheit Und andere Machines huge and transparent versions aha nee das ist es nicht ja okay ja 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 okay was haben wir hier noch aber wieso wird es einem hier gerade nicht muss man vielleicht noch ein extra button dings hinzufügen wäre irgendwie doof counter inventory cool es gibt upgrades von verschiedenen sachen machine information button modul man kann ein button modul mit einem button modul kraften das ist wahrscheinlich um es wieder clean zu machen text die touch ach so um das wieder loszuwerden aha ne ich habe gerade nur die farbe geändert von dem ding dann war es das nicht dux hoch hoch so ich glaube ich gucke einfach mal gerade interaktion modul ich glaube das ist es oder ist es nicht okay ich gucke mal eben im schlauen internet bis gleich natürlich ich habe vielleicht noch mal nein ich habe es nicht ich habe es nicht aber es ist nicht wie es ist wir alle oder